Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sieht zumindest aus, wie jetzt irgendwas kommt. Dann lass ich mich mal reinfahren. Ne? Das ist Electronic Young. Mit Eski und Erich. Eski und Erich. It's been weeks, ne? Schon wieder. Verspätung und gleichzeitig aber auch schon, wir müssen ja umsteigen noch, ne? Auf was? Naja, dann pünktlich in einer Stunde. Also wir haben heute... Wir müssen umsteigen. Zeitumstellung? Ne, was ist los? Ne, mit Verspätung losgefahren im Zug und dann müssen wir auch noch wieder schnell raus. Das ist dann, damit wir die Abfahrt nicht verpassen. Wegen dem Anschlussding, genau. Das ist... Das ist die Herausforderung heute. 94 ist hier die Zahl. Damit verbinde ich so ein bisschen Rave und... Wie ist das? Also Hartgröße ist früher heute, jetzt gab er. Aber es ist die Episodennummer. Die 94, die 93 ist gefühlt aus dem August. Jetzt haben wir schon Oktober. Der November winkt schon aus der Ferne. In Lichtgeschwindigkeit bewegen wir uns hier. Und wir würden noch die neuen HörerInnen begrüßen, die hoffentlich jetzt hier das erste Mal zuhören, nachdem El Tonegatia eine Weltpremiere. Wir waren ja quasi oft auf der Bühne, auch wenn nur in... Also nur mit mir. Du warst eingespannt auf der Arbeit. Ich habe das Hobby auf die Bühne. Aber vielleicht dazu später mehr. Wir haben ja noch ganz viele... Also willkommen erst mal, genau. Und dann haben wir ja hier noch Themen, die sind ja auch schon Wochen alt. Es ist alles verblasst. Ich weiß nichts mehr. Aber... Ja, das wäre ich erst mal. Warte mal. Getränk der Woche. Wir haben ähnliche Gefäße. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das drin hast, was ich drin habe. Ich habe einen Kaffee. Was ich sage? Ich habe weißen Tee mit Ingwer. Also Ingwer als Scheiben und weißer Tee. Naja, ich habe Nachrichten gesehen, dass hier Ingwer ausverkauft ist in solchen sozialen Medien. Und da habe ich gleich so eine Riesenknolle gekauft. Und die wird jetzt verarbeitet. Und so ist es so kalt. Was ist ein weißer Tee? Ist es einfach nur heißes Wasser? Das ist auch irgend so was aus hier Japan. Es ist so, wie es grünen und schwarzen Tee gibt. Gibt es auch weißen Tee? Roter Tee ist Früchtetee. Grüner Tee ist Pfefferminztee. Ach nee, nicht ganz. Grüner Tee ist grüner Tee. Naja, da müssen wir aufpassen, was wir sagen. Wir haben hier die berühmt-berüchtigten technischen Facts. Wir haben aber auch eigentlich viel interessantere Facts. Sowas wie Hochzeitsfilme haben wir ja in der letzten... Wir müssen mal chronologisch. Wir haben ja das letzte Mal uns verabschiedet, wie wir die Hochzeit filmen wollen. Eine Hochzeit. Eine schöne Hochzeit war das. Eine schöne Filmerei. Und es war sehr, wie soll ich sagen, herausfordernd. Wegen dem Wetter. Ach, es hatte geregnet gehabt. Und man wusste nicht, ob es regnen würde. Und dementsprechend wurde mal das Audio irgendwo in einer Schublade versteckt oder eben draußen hingelegt. Und dann wurde, während des Aufbaus, musste mal eine Jacke über die Kamera geworfen werden. Und hin und her bis hin zu... Wir haben Soundcheck gemacht mit der Band. Und dann kam aber die Traurednerin. Und die hat gesagt, nee, ohne Mikrofon will ich hier nie sprechen. Da hört mich niemand. Ich bin zu leise. Und dann wurde noch... Nachdem wir vier Mikrofone eingepegelt haben, wurde dann nochmal eine Box geholt. Und dann haben wir das auf die Box eingepegelt. Und dann hat während der Rede die Box ausgesetzt. Und wir hatten letztendlich beide Pegel, zu laut und zu leise. Und das war wieder herrlich. Aber letztendlich, du bist ein bisschen mit dem Gimbel rumgerannt. Ich hatte so eine stationäre Kamera von der Seite. Und eigentlich wollte man ja noch eine 360-Grad-Kamera über die Hochzeitszeremonie installieren. Hatten wir auch. Aber die war nicht an. Aus dem ganzen Kuddelmuddel haben wir da dann gesagt, okay, brauchen wir nicht. Naja, es war so gewesen, dass die mehrmals die Position gewechtelt hat. Und dann war die perfekt. Parallel zum Brautpaar am Baum gebunden, in schwarz gehüllt, mit schwarzem Band befestigt. Hat niemand gesehen. Und ich habe sie auch nicht mehr gesehen. Und so war sie aus den Augen, aus dem Sinn. Und als es dann vorbei war, dachte ich mir, fuck. Ja, also die war dabei, die stand dort, aber die kamen nicht so richtig zum Einsatz. Erst später. Genau. Und also das hat nie funktioniert. Dann die Box, die dort hingestellt worden ist, ist die Frage, lag es am Regen oder an der Person, die die angeschlossen hat. Die ist immer wieder ausgefallen. Also mal war es laut, mal war es leise. Wurde alles immer so ein bisschen interrupted. Also nicht nur vom Regen, sondern auch von dieser lustigen Box. Aber nichtsdestotrotz haben wir ganz viel im Kasten. Aber dann kam noch ein bisschen ein Urlaub dazwischen. Krankheit nach dem Urlaub. Und dann haben wir hier noch Defi hinter uns gebracht. Und jetzt liegt es auf dem Schreibtisch. Ich habe hier also alles schon kopiert. Es würde theoretisch nach deiner Aufnahme fehlen. Ansonsten habe ich ja der Ordner. Ich habe auch alles. Ich habe auch alles bis auf deine. Genau. Also wir haben wieder mal ein Projekt mehr zu schneiden auf dem Tisch. Und es war auch mal wieder schön, dass man mehrere Backups hat, weil ich habe, wo die Box dann zu laut war, eine leise Mikrofonaufnahme ist schon manchmal nicht so verkehrt. Und es war ja dann auch windig und so. Und dann habe ich einen so ein Mikrofon dort im Brautstrauß versteckt. Und in so einer Schublade. Das war schon ganz lustig. Auf jeden Fall, das war ja auch so halb privat. Wir machen ja auch mal andere Sachen außerhalb vom Elektronikjahr. Aber wir haben natürlich ein bisschen berichtet, da wir natürlich wieder ein bisschen Technik-Kram mit hatten. Und dann sind wir auf Sunbase gehuscht. Festival unserer Wahl. War auch mal wieder solide. Vor allem war es schön warm. Es war schön trocken. Es war wieder eine andere Unterkunft. Man switcht das ein bisschen in dem Dorf dort hier, San Theodoro hin und her, mit der Entfernung zur Endstation. Und das war gut. Aber das ist auch so relativ schnell wieder vorbei gewesen. Das war kurz und knackig. Kurz und knackig. Und dann ging es zurück mit der Fähre. Und dann wollte ich ja noch ein bisschen Urlaub machen. Und dann kam aber Krankheit dazwischen und Kram. Und dann war auf einmal so zweieinhalb Wochen relativ schnell vorbei. Und man musste erst mal wieder zurück in das Kalte. Dann war ja noch ein Wetterumbruch. Ich wollte ja eigentlich auch noch wandern gehen in Slowenien. Das war ja eigentlich der Plan nach dem Sunbase. Aber da kam ja in der letzten Septemberwoche, das ihr hört, es ist schon ein bisschen her, unsere ganzen Geschichten, kam noch ein Wetterumschwung dazu. Also so von gemütlichem 15 Grad dort. Sie waren auf einmal minus 5 und Schneefall auf 2500 Meter Höhe. Und gefühlt minus 15 Grad stand in meiner Wetter-App. Und da habe ich gedacht, na hui, das wird vielleicht ein bisschen riskant, dort so lang zu stapfen. Und da haben wir das auch abgesagt. Und deswegen sind wir dann wieder zurück, haben uns halbwegs eine Woche gefangen. Und dann ging das, wie soll ich sagen, die intensivste Woche des Jahres wieder los, nämlich das Dave-Festival. Ich würde aber noch kurz, bevor wir zum Dave switchen, noch kurz berichten, dass auch ich Corona mitgebracht habe. Also wir haben das, also mit dem Betreten des Flughafens ging es los mit irgendwie Kopfschmerzen und keine Energie. Und irgendwie immer warm und dann wieder kalt. Und irgendwie das war ganz wild. Und meinem Kompagnon in Siki ging es genauso. Dann haben wir noch Tiere, wir wurden abgeholt aus Blinden. Da haben wir natürlich auch angesteckt. Also wir haben das dann noch ein bisschen verteilt. Also so quasi als, na, früher hast du Souvenirs mitgebracht, heute bringst du Corona mit. Und noch mal kurz zum Festival schnell. Es war gefühlt wie immer. Es verging aber irgendwie schneller. Und es war so ein bisschen getrübt von dem Einlass, von der neuen Einlassregelung. Also man kann ja dort an einem Festival teilnehmen mit so einem Festivalbändchen, da ist alles cool. Oder du sagst, ich mache so ein bisschen Artenkasse mäßig. Und das hatte ja auch vorher immer funktioniert. Dieses Jahr hast du aber automatisch, und wir haben gefühlt, neun von zehn hatten keinen Bändel, hast du automatisch zwei Stunden angestanden. Was zur Folge hatte, dass ich die Bitch verpasst habe. Also gefühlt bin ich ja nur wegen ihm dahin gefahren. Aber das hat jetzt ein bisschen getrübt. Und nächstes Jahr ist dann so ein bisschen dieses Learning, was man daraus mitnimmt. Bändchen, egal wie. Und vielleicht noch ein Auto mehr. Also es ist immer nur so ein bisschen, du und ich, wir fahren jetzt zum Strand. Weil eine große Gruppe sind ja verschiedene Zeiten. Wer macht was, wer schläft wie lange, wer frühstückt mit wem. Das war so noch so ein Ding. Ansonsten, wie immer, schöne Musik. Man müsste halt noch mehr mitnehmen. Auf der anderen Seite war man dann auch, also gefühlt hatte ich mich auch sehr alt gefühlt. Ich war, glaube ich, bloß dreimal abends weg. Hat mir aber fast gereicht. Also ich habe bis auf einen Abend jeden mitgenommen. Und es fand ich auch gut. Aber ich musste das ja auch, weil ich das Bändchen hatte. Und das muss ich ja dementsprechend rentieren. Aber deswegen auch mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger. Das ist eben das immer. Und das war wirklich so ein bisschen nervig mit diesem Reinkommen. Weil man wollte natürlich auch, ist ja nicht umsonst in einem Freundeskreis, in einer Gruppe dorthin gefahren. Wollte natürlich auch mit den Leuten feiern. Und dann standen die immer dort. Und das war halt dann auch so, okay, dann stehst du alleine dort in der ersten Reihe und willst eigentlich deine Freude mit dem Rest der Raving-Crew teilen. Aber naja, so ist es manchmal. Wir haben wieder mal ein Learning mitgenommen. Wir waren auf jeden Fall in der ersten Reihe. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem. Nach Deep Bridge, ne? Irgendwas. Ach, und ein was war auch noch herrlich. Ich war oft in der ersten Reihe, weil ich mag immer erste Reihe im Drinnen. Und ich habe dann am vorletzten Tag oder sowas auf einmal mein Handy verloren. Und bei mir ist so, ich verliere eigentlich nie Sachen. Und wenn ich Sachen nicht finde, sind sie immer an zwei Stellen oder so. Und wenn sie dort nicht sind, sind sie weg. Entweder für immer oder für kurz. Ja, und dann sind wir dort nämlich los mit hier Find My Phone oder irgend sowas von Apple. Habe ich mich eingeloggt noch woanders. Und dann ist aber das Netzwerk, was ich dann aufgebaut habe, das erste Reihe Netzwerk, das hat dann schon funktioniert. Und dann wurde das Handy abgegeben. Weil ich war ja da, wo ich das verloren hatte, natürlich auch irgendwo dort. Und das, sagen wir mal, Beziehungen lohnt sich, die man da eben aufbaut. Und das war, es war auch so keine stressige erste Reihe. Da hat jeder auf jeden geachtet. Und du hast auch keine Getränke verschüttet, wenn du dort in so einen vollen Raum rein bist. Und da haben sie sich dann, da wurdest du dann irgendwann auch gegrüßt, spätestens am dritten Tag, wenn du dich mal wieder gesehen hast. Das war schon wie so eine kleine Familie. Das mag ich immer an dem Festival. Ja, und die Jungs sind auch wieder nackt ins Wasser gerannt, sag ich mal so. Aber das ist ja jetzt, da wird es privat. So, auf jeden Fall, dann waren wir wieder da, waren alle krank, sind jetzt alle quasi automatisch geboostert, wurde mir gefühlt gesagt. Und jetzt war Dave. Aber bevor wir jetzt weiter Geschichten erzählen, wir haben natürlich auch Hot Facts in Form von Technik. Unsere Lieblingsfirma Sony Sony ist wieder mit dabei. Niemand hat es kommen sehen. Jetzt ist ja da, die Sony FX30. Ist auf meinem Wunschzettel gelandet. Ist immer wieder lustig. Gibt es das? Naja, es ist immer lustig, dass man so sagt, man fängt ja immer mit dieser, oder man hat ja angefangen eben mit dem APS-C-Sensor hier, die 6000-Reihe, dann, ach, geil, ASIN-3-Vollformat, Vollformat ist es, man lacht einen Joji aus mit seinem Blackmagic-Clean-Sensor und dann kommt die Kamera raus, nachdem die FX3 irgendwie so gefühlt die Überkamera ist zum Film und denkt sich, naja, der kleine Sensor, da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele Linsen. Hast du am Ende gar nicht so den großen Nachteil, weil Lowlight funzt ja trotzdem und kostet um einiges weniger, hat eben dieses, genau diesen geilen Body, der so ein bisschen grau ist und der so ein bisschen nach Professional Film mega aussieht und hat irgendwie alles, was die FX3 hat, nur eben den kleineren Sensor für irgendwie gefühlt die Hälfte, ich habe den Preisschule vergessen und das ist so ein bisschen wie... Also, 2300 Euro, sagt ja Sony, aber eigentlich habe ich gedacht, die, ja, Fotokoch auch für 2, 3, also ist schon nie ganz günstig, also für den Preis hast du natürlich harte Konkurrenz, aber du hast natürlich trotzdem das, was so eine FX3 ausmacht, kannst 4K RAW über HDMI ausgeben, kannst 10-Bit intern filmen und... Naja, der einzige Wermut-Tropfen ist halt, dass du wirklich der kleinere Sensor, also das kann ein gutes Ding sein, aber du siehst halt schon noch den Unterschied zu Vollformat-Sensoren, also das wird dann irgendwann... Das will ich nicht. Noch doch, das habe ich schon gesehen im Vergleich. Hast du schon ausprobiert? Ne, ne, die haben das schon getestet und haben halt gemeint, jo, das läuft und ich finde das ja auch, also es ist eigentlich ein mega, mega Ding, aber man muss sich eben bewusst sein, dass es dann halt, wenn du wirklich viel im Club und so filmst, muss man mal gucken, wie weit man da kommt damit, weil, also ich weiß jetzt nicht, ob die ein zweites, die haben teilweise halt auch so ein zweiter ISO-Wert, wo das Rauschen noch mal ein bisschen runter geht, aber ja, für die 2300 kriegst du natürlich auch schon eigentlich eine Vollformat-Kamera, da muss man so ein bisschen gucken. Naja, ich muss das ja verteidigen, das ist jetzt so, das ist jetzt, das Ding verteidigst du gut. Die muss man haben, wenn es für die Großen reicht. Ja, vielleicht kriegt man die Große mittlerweile auch schon gebraucht, irgendwie um diesen Preis, also ich finde das. So, muss jeder selber wissen, was muss immer vorne dran an der Kamera, in der Linse habe ich hier, lese ich hier, keine Ahnung, was das ist. Tamron hat mal wieder ein bisschen was gemacht und zwar in 20 bis 40 in relativ unkonventionelles Maß, aber relativ clever, auch relativ kompakt, sonst hat man immer so klassisch 16 bis 35 Millimeter, das habe ich mir ja neulich auch zugelegt oder eher sowas in diesem Dreh halt, da gibt es noch 17 bis 28 hatten die bisher und jetzt haben sie eben 20 bis 40, was halt, also diese Standardzooms und sonst was, was man kennt, die fangen immer so bei 28 Millimeter an oder auch so 24 bis 70 und da sagt man, hm, gut, 24 ist vielleicht gerade so weit genug, aber manchmal fällt es eben, so eine 20 ist gerade cool und man hat dann aber trotzdem noch die Möglichkeit mit 40 Millimeter und blendet so 8 auch mal ein schönes Porträt zu schießen, das Ganze irgendwie nur in einem Maß von 360 Gramm, also wenn ich mir da meinen 16 bis 35 28 angucke, was da fast das Doppelte wiegt, da überlegt man dann schon, ist natürlich dann wieder noch weitwinklicher und anders ist es immer, je weitwinklicher man wird, desto schwieriger wird es auch das Objektiv zu konstruieren, ja, soll einen knappen Taui kosten und Ende Oktober rauskommen, hab jetzt schon einen Test mir mal angeguckt und bringt jetzt erstmal eine solide Performance, ist jetzt natürlich nicht irgendwie übelst krass auf einem Niveau von einem G-Master oder sowas, aber trotzdem super, super gut dabei, aber kostet halt auch 1000 Euro, und dann gibt es von Tamron noch genau das Gegenteil, in 50 bis 400, was auch eine übelste Bandbreite hat, das kommt auch noch, also wenn man da überlegt, sich eine lange Linse zu holen, da gibt es jetzt auch noch eine Alternative und man kann sich ja, sonst ist es ja, wenn man sich überlegt, einfach so ein Zwei-Linsen-Setup machst du ja in 20 bis 40 und in 50 bis 400 und hast theoretisch die Range von 20 bis 400 abgedeckt mit zwei Objektiven und kannst alles machen, was du willst. Von dem 50 bis 400 habe ich jetzt allerdings noch keine Info, wie gut das ist und wie das auch zu so einem Standard 70 bis 200 abschneidet. Das müsste man sich natürlich erst mal angucken. Genau. Gut. Aber das kostet zumindest auch relativ schmale 1400 Euro und das ist in dem, also in dem Tele-Bereich, da bist du halt bei solchen Preisen und eigentlich noch beim Doppelten bis Dreifachen, von daher ja, ist das nochmal wieder so eine attraktive Variante, die sie da reingebracht haben und das dürfte tatsächlich schon verfügbar sein. Fast ein FX30. Wollen wir, also wenn wir bei so vier Zahlen, ne? Warte mal, ich muss mal gucken hier, ich habe so die, die Farben habe ich mir nicht abgespeichert. Wir müssen mal hier, wenn wir gerade bei Zahlen sind. 20 bis 40 Millimeter hast du gesagt, ich sage 20 Gramm. Krass soll wo jetzt hier legalisiert werden? 20 Gramm Dörst da einstecken kann. Das ist ganz schön viel, ne? Also ich habe nur gelesen als Nachhaltigkeitsbeauftragter, dass man zwei Pflanzen selbst anbauen kann. Dann habe ich gesagt, gestern hat doch das Ministerium für Gesundheit hier das veröffentlicht. Ministerium für Glück, genau. Kauf und Besitz von bis zu 20 Gramm ab 18 Jahren grundsätzlich straffrei, Eigeneinbau von bis zu zwei Cannabispflanzen erlaubt, THC-Anteil maximal, das ist natürlich die Frage, dann wird ein neuer Markt, da öffnet sich ein neuer Markt mit THC-Messgeräten, ne? Verkauf in lizenzierten Geschäften und Apotheken, Mindestabstand von Geschäften zu Schulen, Kinder- und Jugendanrichtungen, generell das Werbeverbot, ne? Gut. Also die 20 wäre meine Zahl der Woche. Ist die andere meine? Die ist deine. Ich habe mal diesen 8-Zeilen-Link mal gekürzt, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Wenn wir da draufdrücken, dann werden wir das erfahren. Ne, da geht nicht mehr. Cybersacks. Vielleicht gab es da ein Konzert oder was? Hm. Ne, aber das ist das meinte. Also ich habe noch, ich habe noch eine andere raus, pass mal auf. Drei, ne? Das ist auf jeden Fall die Cybersacks. Du hast da wahrscheinlich einen anderen, du hast es noch in, du machst mich fertig, du hast in anderen irgendeinen Cybersacks-Link in deiner Zwischenablage gehabt und hast gedacht, du hast den aus der Notiz kopiert. Kann man immer noch verziehen. das ist... Ja, 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 ja. Ich weiß nämlich genau, was die 3 ist. Ich habe es gerade gefunden. So, also, da wirst du verrückt. So, jetzt muss ich das nur noch wiederfinden. Wo war das? Ich habe mir das hier, das steht zumindest schon im... Ähm, genau. Und zwar, 3 steht für 3 Meter. Und 3 Meter bezieht sich auf 3 Meter weniger Klopapier. Und das Wort dazu ist nämlich die Schrinkflation. Nicht die Inflation, sondern die Schrinkflation. Alles wird, bleibt, ist teurer geworden, jetzt bleibt es aber teuer. und, ähm, nicht, wird nicht noch teurer, aber es wird einfach weniger. Ähm, unter anderem eben bis zu 3 Meter weniger. Klopapier, die Schrumpfkur im Supermarktregal ist real. Und, ja, so geht's nieder mit uns. Die Rollen werden kürzer, oder was? Genau, bis zu 3 Meter. Das ist... Na, müssen wir mal gucken, wie wir das verarbeiten. Gut. Dann geht's weiter mit Social-Media-Bereich nochmal ganz kurz hier. Instagram ist hier so ein bisschen, macht so ein bisschen ein auf MySpace. Normalerweise klauen sie ja von allen anderen Plattformen so ein bisschen Sachen. Auch in dem Falle könnte man das sagen, würde es MySpace noch in der Art und Weise geben. Gibt's noch, aber ist ja quasi, also, mehr als, ne? Ähm, so eine Art Theme-Song. Du kannst dann wo, also es ist noch nicht ganz dolle konfirmt, aber so ein bisschen hier, also Romers Told Me-mäßig quasi. Wenn du dann auf dein Social-Media-Profil gehst, kannst du wo so eine Art Theme-Song abspielen lassen. Also wenn ich bei dir aufs Grid gehe, kommt dann hier, da willst du es, ne? Und Ja, Timework. Darüber hinaus kannst du dann wo auch, ich kann aber kurz hier, According to Reports, the Social-Media-Plattform is now working toward a new feature that will allow music to be played on your profile. Users will be able to visit Edit-Profile, where a music option will then show up. From there, you can search for a song and give it a caption as well before the song is visible in the bio section. Will be confirmed. Also irgendwie, also ja, Instagram-Theme-Song wäre jetzt ja die Überschrift. Bringt mich gleich zum No-Go der Woche. Da muss ich nochmal hier. No-Go der Woche. No-Go der Woche. Das war fast No-Go des Quartals sagen, so lange, wie wir jetzt hier nicht mehr gemacht haben. Aber und zwar habe ich das Problem, dass ich keine Storys mehr mute bei Instagram. Also du guckst dir eine Story und du hast ja sonst immer dein Handy laut und leise. Das heißt, gut, die Story war laut, ich mute das Handy, ist leise. Ich gehe zur nächsten Story, ist wieder laut. Das heißt, ich muss die Hauptlautstärke des Handys immer komplett runterdrehen und komplett hochdrehen, wenn ich es mir mal anhören will. Also absolute Messe, was dort los ist. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass wenn ich auf irgendeinem Profil bin und immer ballert dieser Theme-Song los, also da, da kriege ich die Krise. Hast du das Problem auch mit diesem Story-Mute und allgemein so im Feed, dass das nicht mehr gemutet ist? Da habe ich immer nicht weiß, woran es liegt. Mache ich immer laut, leise, laut, leise und zusätzlich mache ich es noch leise, weil es nicht weiß, wo ist der Fehler und man ja am Ende auch nicht weiß, ist das jetzt irgendwie gekoppelt an die App oder hat es mit dem iOS-Update zu tun? Aber ich habe mich auch schon ertappt, dass ich öfter jetzt die Lautstärke runtergemacht habe, weil ich erschrocken bin, weil ich dachte, ich habe gedacht, oh, ich habe es aus, aber die haben das, die haben, also das ist wirklich, das ist, das ist ja, das sind Minus-Millionen, also das ist richtig, was sie dort gemacht haben. Mein No-Go der Woche wäre das Blinkist-Sharing, ne? Also ich hatte das ja auch schon ganz früher mal, aber nur so dieses, also unbezahlt, um quasi da mal zu gucken, was ich damit auf sich hatte, dann hat es zu kurzem das erzählt, das hat der Sigi sich angehört, hat sich das geholt und hat irgendwie gesagt, das kann man wohl auch teilen mit irgendjemandem und dann nehme ich so hier Link her. Dann hat er das geteilt und dann habe ich mich dort, habe ich die App runtergeladen, habe mich dort angemeldet und dann kam, dass ich doch bitte jetzt meinen hier Plan starten soll, mit dem ersten Monat kostenlos. Ich so, wie wenn er, warte mal, ich habe da jetzt hier den Link vom Kollegen, da muss ich doch nämlich jetzt nie irgendwie, muss ich doch kein bezahlten Plan jetzt hier abonnieren und das ging irgendwie nie, nochmal abgemeldet, nochmal angemeldet und das ging nie und dann bin ich in der E-Mail nochmal auf den Einladungslinken zweites Mal und das ging aber dann nicht mehr. Ich habe den Support angeschrieben, nee, wir finden hier nichts und zack, schon ist Blinkist, er wird gelöscht. Also ich weiß nicht, wo es dran lag, ich habe aber auch jetzt nicht den Nerv, mich da irgendwie mit zu beschäftigen. War ein Versuch wert, ich habe jetzt gesagt, ja, dann musst du mir halt deine Zugangsdaten einfach rausrücken, habe ich früher auch gemacht mit hier Ordebel und so, da habe ich auch hier 3, 4 Leuten einfach die Zugangsdaten gegeben. Dann müssen wir es halt so machen, aber dieses so, ihr mit hier Links sharen und das ist quasi noch ein Sporterbenutzer mitnehmen kann, worum auch immer, hat nicht funktioniert. Ich habe aber auch bei sowas immer nie die Geduld, dann hier eine Federsuche und irgendwie, ja. Aber ich fand es schade in dem Moment, dass es erst so cool und problemlos aussah und in der Praxis dann, also inklusive Support anschreiben und die, nee, haben wir nie bekommen, obwohl ich die E-Mail ja im Postfach habe, das war so ein bisschen okay. Ne? Mhm. Ne, schön. Also, da hattest du quasi wieder keine Geduld und irgendwas ging schief und... Nee, keine Zeit. Und jetzt, oh gut. Gut. Ja, ne? Also, wir haben ja, diesmal haben wir es immer vorbildlich, hat natürlich auch eine Zeit gedauert, wir haben alle Kategorien gefilmt, ne? Learning der Woche. Learning der Woche. Learning der Woche. Und zwar geht es um Maulwürfe. Nee, warte mal. Es geht um Maulwürfen. Weil du, weißt du? Achso, ja, ja. Maulwurf und Maulwürfen. Oder sind es Maulwürfen? Man müsste das... Ja, eigentlich... Mehrere Maulwürfen. Naja, eigentlich Maulwürfen. Aber Wurfen, das verschluckst du aber beim Aussprechen auch schon fast. Oh, schön, ich bin der Maulwürfen. Gut. Auf jeden Fall, ähm, halten Maulwürfen ähm, Winterschlaf. Und jedes Mal war es Maulwurf oder war es ein Igel? Jetzt komme ich hier ins Grübeln. Wir gehen mal von Maulwürfen aus. Die müssen ja auch irgendwie schlafen. Wird ja dann kalt und so. Könnten aber auch Igel sein. Auf jeden Fall, wenn die schlafen und wieder aufwachen, also die schlafen ja, um dann Energie zu sparen, die machen ja so einen Winterschlaf und sowas, wenn die aufwachen, dann haben die 10% weniger von ihrem, von ihrer Gehirnleistung. Jedes Mal, wenn die einen Winterschlaf machen, die werden ja 10% so tümmert als vorher. Fand ich gut. Also das wusste ich noch nicht. Learning der Woche für mich, Learning des Monats, glaube ich vielleicht eher. Maulwürfen. Kann man aber nie ableiten auf die Spezies Menschen auch nicht? Nö. Nö. Die machen ja auch nie so viel Winterschlaf. Naja, aber das irgendwie, es gibt ja welche, die machen immer auch so viel Mittagsschlaf. Ich denke mir manchmal, ich weiß nicht, ob das so viel Schlafen so gut ist. Oh, Schlaf ist gut. Solange das nicht übertreibst. Unter 10 Stunden am Tag. Gut. Hätten wir das? Ich habe kein Ge-Learning, ich weiß alles. Gut. So, aber wir haben noch das andere. Warte mal. Passend zum Winter habe ich ein neues Wort mitgebracht, was eigentlich für den Sommer eher passt. Und zwar Switchel. Sagt dir Switchel was? Ich kenne die Nintendo Switch oder das Gerät, wo man mehrere Geräte miteinander kombiniert, aber nee. Switchel ist eigentlich ein Trendgetränk. Ich lese es mal. Switchel ist ein Trendgetränk, das nicht nur erfrischend lecker, sondern auch noch außerordentlich gesund sein soll. Die Mischung aus Apfelessig, Zitrone und Ingwer soll den Stoffwechsel ankurbeln, beim Abnehmen helfen und das Immunsystem stärken. Na? Switchel ist quasi ein Trend-Sommergetränk, aber wir haben das jetzt mal, wir hauen das jetzt mal hinten raus raus, könnt ihr euch, das ist wie hier Sommerschlussverkauf, könnt ihr euch fürs nächste Mal merken oder ihr probiert es mal aus. Du haust quasi Ingwer dort rein, dann kochst du den aus, dann lässt du es abkühlen und dann haust du dort noch Apfelessig, Zitrone und Honig rein und dann hast du wie so einen Eistee, bloß eben, der nennt sich Switchel. Und das ist dann halt so ein Getränk. Also so vielleicht ein bisschen gesünder wie so ein Eistee, aber ist nicht schlecht. Also ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich würde es im Sommer wieder auspacken. Gerade ist der Ingwer-Tee eher en vogue und nicht der Switchel, aber es ist eher so ein kühler Switchel. Und jetzt steht ein zweites, aber es ist aber auch deins, ne? Ja, eigentlich haben wir da beide mal drauf gedacht. Das müsstest du eigentlich auch noch wissen. Also die Sache ist ja immer so ein bisschen auch dann dieses Löhnen, wenn man es zum ersten Mal hört, ich kenne es wiederum, weil ich komme ja ursprünglich aus der Branche. Man könnte es auch als Zick-Zack-Falz gezeichnen. Da, die, da, der, die, das, Leporello. Ein Leporello ist ein Faltblatt, das eine Zick-Zack-Falz aufweist. Man versteht darunter ein Faltbuch. Das ist quasi, wenn man, wenn man einen Streifen Papier hat und du faltest den einfach zusammen hin und her und willst du, wie ist es so, du willst, so willst du Namenskerzchen basteln. Das sind einfach drei, vier, fünf, sechs Namenskerzchen, die noch aneinander sind und noch nie auseinander geschnitten. Das ist ein Leporello. Hintergrund war so ein bisschen, dass wir überlegt haben, mal wieder in, beim nächsten Day-Festival ein Flyer oder ähnliches noch zu machen und da hieß es doch, na lass uns doch nie wieder so ein Programmheft machen, lass uns doch ein Leporello machen und ich denke mir so, what? Bitte, bitte was? Ich hab doch, ich will doch schon Zwitschel trinken. Ne, aber so ungefähr war das. Ja, und schon sind wir im, im Day-Festival. Also Fakt ist, es ist, es war ein, so ein, genau so ein Ding geplant, in der Größe A6, jeweils sechs Seiten, also insgesamt zwölf und es hat sich aber zugetragen, dass es sowohl zeitlich als auch inhaltlich in der Praxis nicht dazu gekommen ist, weil gefühlt bis zum letzten Tag hat sich das Programm immer noch geändert oder Fakten kamen erst oder Fakten kamen erst am letzten Tag und dann waren wir schon mitten im Festival, das ist nur so, statt während des Festivals zu machen, irgendwie so ein bisschen Quatsch und aus nachhaltiger Sicht muss ich wiederum sagen, finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, weil man kann das Programm sich auf der Webseite angucken, dann gibt es noch dieses Line-Upper, was gefühlt wie so eine App ist und Social Media ist ja eh immer on, also es ist dann so schön, was in der Hand zu haben oder sich was hinzustellen oder alleine so als Andenken rückwirkend hier, so ein Printprodukt, aber so haben wir Kosten gespart und der Umwelt um den Kopf gestreichelt. Auch gut formuliert. Genau. D-Festival, Eric, warst du dort gewesen? Ich war dort und zwar immer außer eigentlich immer jeden Tag, aber auf keiner wirklichen Veranstaltung, sondern wie immer im geliebten Dave-TV-Studio, um so ein bisschen die Sachen, um ein bisschen hier ZDF-Regie zu spielen, bloß halt mit Dave-Kontext. Also wir haben wie immer unsere Kollegen und Kollegen hinter der Kamera gehabt, die sind ein bisschen draußen rumgestromert, wie man jetzt sagen würde und haben unterschiedlichste Veranstaltungen aufgenommen und oder live zu uns geschickt mit verschiedenster Technik und wir haben die dann empfangen im Studio und haben dann gesagt, okay, wir von 20 Uhr bis 21 Uhr senden wir eine Diskussionsrunde aus dem Objekt Klein A und dann hatten wir aber auch im Studio bei uns wieder ganz viele unterschiedliche Gesichter, ganz viele Newcomer würde ich auch fast sagen oder neue Gesichter mit denen ich zumindest persönlich noch nicht so viel zu tun hatte. Da hatte der Thomas im Vorfeld eine besondere Aufnahme von einem DJ-Set gemacht in einem dunklen Raum mit so einer Kamera, die im Kreis 360 Grad über die DJs geflogen ist. Das Ganze hieß Orbit diese Kamera Perspektive zumindest, weil die halt wie in so einem Orbit um die Leute gedingst ist und dann waren das die Orbit-Sessions und die DJs, die kamen dann eben auch noch rum für ein Interview, dann haben wir mal die Orbit-Sessions gezeigt und dann sind wir mal wieder irgendwo anders hin und dann, so wie das dann ist, hatten wir die ganze Woche Programm und mittlerweile, es war ja so das dritte Jahr, wo ich zumindest auch das Programm bedient hatte für die Regie, kannte man schon so die groben Stolpersteine, aber natürlich hier und da hatten wir jetzt einen neuen Sound-Mixer und dann konnte man mit dem Sound-Mixer ein schönes Echo erzeugen, wenn man da nicht aufgepasst hat, welchen von diesen 50 Knöpfen man drückt und das war, es war wieder mal schön, wie das alles so funktioniert hat und du saßt ja diesmal permanent eigentlich, du hast ja extra Urlaub gehabt, ne? Ja. Du saßt ja eigentlich von gefühlt 12 Uhr bis jeden Tag also 12 Stunden immer im Studio und hast schon Social Media hauptsächlich gemacht und dann immer, wenn, je nachdem wie viel Personal wir im Studio hatten, habe ich dich ein bisschen durchs Studio gejagt und gesagt, hier schnell noch die Lampe oder dort mal die Kamera einstellen, hier sieht es ein bisschen komisch aus bei mir im Stream und da haben wir da uns ganz schön durchgewurschtelt mit unserem Team, aber es fand das dieses Jahr, du hast gemerkt, wir machen das jetzt nicht das erste Mal und wir haben schon mal ein bisschen zusammengearbeitet, konnten uns aufeinander verlassen und das fand ich eine sehr angenehme Sache, auch wenn es natürlich immer einen ziemlichen Stress bedeutet so eine Woche. Ja. Es war, es war interessant, man hat ganz viel gelernt, es hat viel geklappt, vieles, was nie geklappt hat, hat man sich so ein bisschen zusammengetapet mit neongrünem Wand, das war so ein bisschen die Farbe des Festivals und also aus meiner Sicht war es ein bisschen wild, also erst mal war es natürlich gut, dass du da warst, das war bis zuletzt gar nicht so geklärt, erst diese so zwei Tage, dann hast du bis auf einen dann doch alle gemacht, das war ganz, ganz guti, wie du schon gesagt hast, wenn eine Person das schon zwei, drei Jahre macht und immer die gleichen Knöpfe so ein bisschen unter der Hand hat und das Programm so ein bisschen bedienen kann, wo mir automatisch schon irgendwie hier die, die Harzeberge stehen, weil das auf einem, auf einem, auf einem Windows Ding läuft, da gibt es ja auch theoretisch Alternativen für das, für den Mac, aber never change a running system und das hat ja ganz gut gesystemt. Ihr, wenn ihr das wollt, euch noch, könnt euch noch ganz viele Inhalte angucken, wir hatten jetzt noch mal so ein Auswertungsmeeting, haben jetzt unsere Kategorien festgelegt, werden noch ein paar Jingles gemacht, der ganze Content aufbereitet und dann kann man eigentlich jeden Tag nochmal reingucken in diese Highlights und das Festival an sich, wir sind dieses Jahr, also für mich gefühlt, ich habe letztes Jahr so ein bisschen ausgesetzt, gefühlt nur noch die Hälfte gewesen, zumindest hatte ich den Eindruck, es waren ja auch viele Meetings, da waren jetzt auch weniger Leute als bisher und trotzdem hat es am Ende wieder geklappt, dass alles funktioniert hat, es waren eigentlich immer fröhliche Gesichter, wir hatten ja sowieso immer Spaß von früh bis spät, ob nun mit oder ohne Alkohol, die Flaschen wurden geleert und irgendwie war das schön, aber es war auch eine sehr intensive Zeit und man ist gefühlt schon wieder jetzt im nächsten Festival, also es ist noch ein bisschen arbeitrückwirkend, aber ich denke mal auch, dass das dieses Jahrhundert Festival gezeigt hat, dass es wichtig ist, dass es dieses Dev gibt, die Überschrift war dieses Jahr New Realities, da haben wir auch ganz am Anfang überlegt, was könnte denn da der Inhalt sein und für mich war das eben auch wichtig, dass man irgendwann das Auge auf die Jugend hat und ist auch wichtig, da diese 50-50-Quote oder unter welcher Überschrift man das immer jetzt nun nennen will, dass man das irgendwie versucht hinzubekommen, dass es nie irgendwie Diskussionen gibt, auch wenn es die Diskussionsrunden natürlich gibt und die auch wichtig sind, aber es war so eine, ja, also es war eine Herausforderung, es ist gefühlt, wie auch alles irgendwie drumherum irgendwie alles ein bisschen schnelllebiger geworden und trotzdem war es war es schön und diese Learnings, ich denke mal, das beitete sich noch so Step-by-Step irgendwie aus, wenn dann noch so ein paar Content-Procken hier dann genannt werden in den nächsten Folgen, aber richtig und wichtig, dass es das gegeben hat und wir haben ja auch zusammen nochmal dieses Dev-Off, also wo gefühlt alle da waren, miteinander verbracht und da sieht man dann, dass es am Ende irgendwie cool ist, dieses, also jahrelang Planerei ist Quatsch, aber dieses von der Idee über so grobe Meilensteine über ganz viele Meetings, also egal ob jetzt Programmgruppe, Gesamtmeeting, DFTV-Meeting, wenn man dann sieht, dass das dann in der Woche irgendwie alles klappt, irgendwie so Zähne, äh, Zähne, äh, Zähne, Zähne ineinander greifen, jeder so seine Rolle hat und man auch ohne so Smalltalk irgendwie einfach funktioniert und das irgendwie auch ausreichend gut, dann ist das doch ein gutes Gefühl, was wir hier irgendwie mit rausnehmen, also finde ich, also es war irgendwie nichts, was gar nicht funktioniert hat und es gab auch gerne irgendwie Vorfälle, wo man sagt, oh, das geht hier gar nicht, also so irgendwie beefmäßig oder so, da habt ihr zumindest nichts mitbekommen, also eine gelungen Veranstaltung, die Zahlen, die gehen euch ja alle nichts an hier, aber die sind eh noch nicht fertig, dass man dann sagen kann, es war auch ein erfolgreiches Festival, im Sinne von es ist sich ausgegangen quasi, das wissen wir jetzt noch nicht, aber es war eine solide Nummer, das war das neunte Festival, nächstes Jahr ist das zehnte, da sind wir schon alle gespannt, wie wir da, was wir dort machen. Ja, man, ihr merkt schon, wir haben jetzt ein bisschen was hinter uns, ne, wir hatten, wir hatten eine Hochzeit, dann hatten wir in Sunbase, wir hatten direkt danach Dave-Festival und es waren halt auch einfach mal übelst viel Input, Corona auch noch, das war ja so, da war man ja, lag man ja erstmal gefühlt flach, aber einfach nur eine Woche oder erstmal nur so allgemein aus dem normalen Leben wieder alle irgendwie gesehen, Social Input mal tausend, dann eine Woche musikalischer Input mal tausend, dann jetzt gleich nochmal das gleiche musikalischer Input in Dresden und ich muss nur sagen, ich brauche jetzt gefühlt auch erstmal ein bisschen Zeit, das alles zu verarbeiten, weil ich auch noch, also allein das, was ich alles auf dem Sunbase auch musikalisch mitgenommen habe und sowas, das liegt gefühlt auf irgendeiner Halde in meinem Kopf und ich habe zwar irgendwie viele Tracks Shazam und mir ein paar Notizen gemacht, worauf ich mal wieder Bock habe, aber ähnlich geht es jetzt halt mit dem Dave, das war mal wieder geil und auch zu sehen, dass man sich auch mal wieder connectet hat über mehrere Netzwerke hinweg oder mehrere Crews hinweg, das hatte ich sonst auch nicht so im Gefühl, da waren so viele Leute, kannte man schon und jetzt habe ich irgendwie ganz viele neue Menschen aus unterschiedlichen Crews kennengelernt und das war, die waren auch alle so super dankbar und so offen, das hatte man sonst nicht mehr gehabt und das ist denke ich, also ein Punkt ist so ein bisschen, dass wir da mehr auf Gleichberechtigung geachtet haben, aber auch halt mehr auf die Jugend, wie du schon sagst, ist auf jeden Fall was, wo wir da dranbleiben müssen. Aber trotzdem ist es halt so, erst mal, boah, es ist gut, dass der Herbst jetzt da ist, es wird ein bisschen dunkler draußen, auch wenn wir noch ein bisschen nachwehen jetzt haben vom Festival, aber ich denke, wenn dann so langsam die Weihnachtsstimmung einkehrt, dann hat man das erst mal auch setzen lassen. Also so geht es zumindest mir, ich weiß nicht, das war eine unglaubliche intensive letzte in zwei Monate oder sowas, also ich bin, ich bin gut, gut gesättigt gerade. Was ich halt auch so cool fand, also egal wie stressig das gewesen ist im Vorfeld oder auch während des Festivals, das war so, also das waren so viele so Parallelwelten, also du hast immer diese Meetings, du weißt wer mit was, dann bist du irgendwie mit den Leuten in der Location, dann geht es irgendwie live, alle irgendwie, alles immer kurz vor knapp, also das ist dann auch immer nochmal so ein schönes Gefühl zu sehen, dass auch andere immer irgendwie am Limit sind und auch andere immer erst auf den letzten Drücker irgendwie Sachen so umgesetzt bekommen und trotzdem dranbleiben, die gute Laune irgendwie nie vergessen und dann zu sehen, dass einfach so Sachen so stattfinden, also aus einer Idee herausgeboren, irgendwie rumgespinne irgendwie und nach zahlreichen Meetings dann sowas erschaffen zu haben und dann irgendwie so ein Publikum zu haben, die halt das ganz gut die finden, zumindest ist das dann, was ja dann als Feedback zurückkommt, wenn man dann irgendwie geklatscht bekommt oder so, das ist, das ist ein geiles, geiles Feeling irgendwie, das war, die Leute waren irgendwie super dankbar, also ich hatte das Gefühl gehabt, so zu Corona-Zeiten und sowas, man war gesättigt und so richtig und Livestreaming war eher so selbstverständlich und aber dieses Jahr der Vernetzungsgedanke und alles, war übelst, also jeder war super dankbar, dass wir das, dass wir das gemacht haben und das ist das Größte, was du dann irgendwie kriegen kannst als Feedback, wenn du auch irgendwie neue Leute irgendwie zusammenbringst und daraus wieder irgendeine Party entsteht, auf die du vielleicht in vier Monaten tanzt, genau. Die haben auch gesagt, vom Startschauspieler, also ich fand das auch schon sehr interessant, als dann Sub-Act gespielt hat, die ja auch mit beim Georgie auf der Etage sitzen hier, also gefühlt live Trambees, da sind dann Leute aufgestanden, haben sich unten neben die Zuschauer reingestellt und haben gedanced, das haben die vom Startschauspiel so auch noch nie erlebt, also das war es, wirklich die Leute hatten echt Bock und die hatten alle gute Laune und ja, schon bedankbar ist schon so ein guter Sammelbegriff für diese Stimmung, die war, also wirklich waren auch keine Bad Vibes, alle hatten irgendwie Bock und währenddessen man vielleicht bei Corona so ein bisschen lost war und irgendwie ist es also vielleicht Angst oder so, also lebt man jetzt dann mittlerweile mit den Umständen und egal was so von außen noch dazu kommt, lebt man umso mehr im Moment und ist halt irgendwie dankbar für diese kleinen Inseln, die man halt, egal ob es Clubkultur oder wie man da auch da wieder die Überschrift nennen will, wenn man die schafft oder eben besuchen kann, das ist schon unbezahlbar, ne, ja, war gut. War gut. Genau. So. Wir werden uns euch auf jeden Fall noch berichten, was da noch so rauspurzelt, dann könnt ihr euch das alles nochmal angucken, auch wenn ihr nicht jeden Tag von 20 Uhr bis 0 Uhr, 1 Uhr DaveTV geguckt habt. Aber wir haben auch noch andere Empfehlungen, ich habe gerade gemerkt, meine Videoempfehlungen von einmal die Woche sind jetzt auf drei hochgegangen, deswegen können wir da du hast drei Empfehlungen. Ja. Ach du Scheiße. Ja. Video der Woche. Jetzt haben wir natürlich auch schon bei Dave angeteasert, da kommt was, deswegen möchte ich euch da auch nie im dunklen lassen, weil ein Video ist schon online und zwar von unserer lieben Schnette, aka Janet Hanitsch, die war ja auch schon mal hier im Podcast. und zwar hat die das Fuchs-Teufels-Wild-Festival 2022 begleitet und dort auch gefilmt und das geschnitten und so weiter. Guckt euch das mal an, das ist super geworden. Das ist immer die Story von dem Festival und sowas, das ist auch so ein Geheimtipp, also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr nächstes Jahr euch vielleicht bei Zelten, Musik und Kräuter-Yoga-Kurs oder sowas anmelden wollt, das wäre was eventuell. Genau. Ganz kurz, die war übrigens auch schon gestern bei uns im Podcast, ich suche mal die Nummer ab. Habe ich gesagt, habe ich dabei gesagt. hab schon das nicht zugehört. So ist das manchmal. Gut, dann alter Bekannter Christian Mate Grab hat einen Kurzfilm gemacht, Warning Health, ist irgendwie so ein Cinematic Short Film, wo er ein bisschen seine Story geshared hat, der hat irgendwie, ist ja übelst zu den Zeiten, wo das losging, mit YouTube durch die Decke gegangen mit seinen seinen Film und wie er dann aber auch psychische Probleme gekriegt hat und so weiter. Er hat so einen Kurzfilm gemacht, der übelst gut umgesetzt ist mit Bildern und mit der Stimmung, mit Musik und eben, dass er auch den Schritt gewagt hat und halt mal über so ein doch eher schwieriges Thema zu sprechen. Also, gerne mal reinschauen, fand ich einen coolen Schritt und auch super umgesetzt und dann darf natürlich, auch wenn jetzt die Off-Season beginnt, darf natürlich auch ein kleiner Schubs vom Fahrradschiller nie fehlen und zwar auch übelst geil, ein Film von Salsa, Cycles Present, heißt es Along for the Ride, da ist ein Vater, ich habe ja auch neulich erzählt, dass ich hier mal so ein paar hundert Kilometer rumgefahren bin und er hat aber so eine Action gemacht mit seinem Kind, das heißt, der hat hinten so einen Kinderanhänger, so einen Buggy ran und ist dann irgendwie 300 Kilometer oder sowas durch die Wüste gefahren bei so einem Rennen und das war gerade irgendwie Halloween und er hat sich übelst Gedanken gemacht und es ist auch ziemlich cool eingefangen, die Emotionen und so, die sie durchmachen und die der als Vater durchmacht und so weiter und wie das Kind so drauf ist und wie das dann halt einfach, wie die dann halt auch die Windeln wechseln dazwischen drinnen und herrlich, also so wie das alles trotzdem klappt, wo man denkt, du kannst doch jetzt hier nicht mit dem Kind 350 Kilometer 24 Stunden durch die Wüste fahren, sondern es geht alles irgendwie, wenn man das möchte. Also das sind coole Sachen. Ich wollte gerade fragen, war denn das Kind im Anhänger? Das hast du dir jetzt gerade beantwortet. Ja, klar. Genau, guckt euch das mal an. Wir verlinken das wie immer bei uns. Das sind meine Top 3. Ich könnte noch mehr sagen, weil es ist ein bisschen her und Videos müssen geguckt werden, ihr wisst das. Aber ja, so viel erst mal dazu. You know it. Genau. Ja, jetzt haben wir das ja dann doch ganz schnell durchgeballert und vielleicht das eine oder andere total vergessen, aber das poltert noch raus. Wir sind jetzt theoretisch wieder auf dem normaleren Schedule. Ja, es war eigentlich viel, also wir könnten noch mehr erzählen, wir haben jetzt überlegt, lassen wir euch noch eine Woche, machen wir in der Woche Hochzeitsfilme und Sunbase ausführlich oder machen wir jetzt Dave ausführlich. Aber er hat gedacht, wir machen das lieber mal in Kurzform und haben so ein paar Details und so ein paar, sagen wir mal, Highlights, die vielleicht hängen geblieben sind und vielleicht ein paar private Sachen, die wir für uns behalten, so ein bisschen rausgecuttet und vielleicht trifft man sich ja mal irgendwo noch auf ein Getränk. Da könnt ihr uns natürlich darüber noch ausfragen oder gern per Social Media, falls ihr irgendwelche Details und Fragen habt. Sonst ist vor dem Festival auch immer nach dem Festival, wenn ihr mal bei so einem Festival wie dem Dave mitmachen wollt, wir heißen das herzlich willkommen. Meldet euch da. Wir sind jetzt schon wieder bald, es darf wahrscheinlich keine Woche mehr dauern, dann geht schon die Planung fürs neue Festival los. Und das ist immer ganz cool, wenn man mal am Anfang dabei ist. Da kriegt man so ein bisschen mit, was los ist und findet so seinen Bereich, in dem man vielleicht was macht, sei es jetzt das komplette Social Media Game zu übernehmen oder eben ihr sagt, wir machen ein bisschen bei Dave TV mit und ihr sammelt schon Ideen für welche Sachen, die wir eventuell senden können und vorproduzieren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Dave-Festival.de und dann schreibt einfach und kommt zu den Meetings. Ja, also überall einfach Dave-Festival zusammen auf jeder Plattform. Und das Schöne ist, egal was ihr irgendwie machen wollt oder irgendwie lernen wollt, es ist in jedem Bereich, egal was, überall Platz. Und wenn ihr einfach auch nur eine Idee habt, die ihr gerne verwirklicht, gesehen haben wollt, dann auch da, es gibt keine, also es gibt da keine irgendwie Vorgaben. Wer eine Idee hat und Hilfe braucht bei der Umsetzung, es ist alles, alles möglich. Ja, das ist doch wieder ein wunderschönes, das ist es, ja. Ja, genau. Naja, bei mir steht auf der Uhr 55, du hast gesagt, in fünf Minuten musst du aussteigen hier im Zug, im Zug des A's. Ja, ist nützt nicht. Es ist nützt nicht und dann versuchen wir das nächste Mal hier mal wieder ein bisschen in Zucht und Ordnung reinzukriegen in unsere Zugfahrt. Ja, gut. Tschüss. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Electronic Yard. Electronic Yard.